klar meiniges besser sei aber trotzdem gegen die viecher da war sie nicht jedenfalls ich glaube das soll schon mal an was sei das war eh schon ungefähr richtig sah ich war es nicht weit erst recht wegen die dinge da aber auch allgemein wenn ich wüsste wie die viecher da ticken das ist ja das wenn ich wüsste wie das Viech tickt dann könnte es das mehr tun okay damit lässt sich was anfangen damit lässt sich so richtig was anfangen hat einen ganzen schwarm dieser kleinen viecher geworfen und nicht nur eins ach so ein Hurensohn kum kum gemähe kum kum das denn nicht oder was ich höre die pappen gott sei dank drauf moin fast joa das kam was das kam was so schauen wir sich mal um hier gibt es mehrere ja nicht nur das nicht nur das oh Alter komm mir so einer wieder das gibt es ja nicht das ist nur einer da ist nur einer Alter Was? Scheiß kleines Viech, oder? Das kleine Viech, oder? Das ist gefertig. Können wir was machen? Ah, da können wir was machen. Gut, 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 gut. So, komm, 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 komm. Ich habe mehr... Oh, klar. Ich könnte durchgehen, Alter. Durchgehend mehr gemacht. Fast. So liebe ich das. Hey, Cervantes. Du siehst ja aus, als hättest du einen Gespenst gesehen. Ja. Ich habe nur gerade gehört, wie Hork und seine Jungs geredet haben. Die haben mich nicht gesehen, aber... Aber was? Die wollen uns verarschen, Jack. Die wollen uns nachts die Kehle durchschneiden, und die Belohnung für sich behalten. Scheiße, wir müssen die zur Rede stellen. Ach, komm schon. Wenn wir irgendwas sagen, schieben die alles auf uns und tun so, als hätten wir uns das ausgedacht, um sie zu bescheißen. Wir müssen schneller sein als die. Und wie sollen wir das machen? Wir können gar nichts sagen. Wir überlegen uns was, okay? Lass uns später drüber reden. Also das mit dem Geheimnis kann uns zu einer interessanten Geschichte führen. Ich hoffe, dass wir, wenn wir den Weg entlang gehen, dass wir dann zum nächsten Turm kommen. Könnt... Könnt gut sein. Könnt wirklich gut sein, dass wir da schon langsam dann in die Richtung kommen. Ich warte eigentlich nur drauf, bis sie irgendwie sowas explodiert, aber nur gut. Ah, das ist wieder sowas. Ah, okay. Wenn es nicht kommen wird, ist das nicht mein Problem. Ah, dann kann man X da auf. Fick ich. Schau, kommt da durch. Es gibt fix so Hardcore-Gegner, die was unbedingt... Also Hardcore-Leute, die was unbedingt wollen, dass sie nicht einmal einen Fehler machen, die es da sehen ist. Musst du vorstellen. Du gehst mehr nur durch das. Nur durch das. Alter. Das... Das... Das wäre dann schon Hard. Du tust so viel trainieren, bis du vielleicht am Schluss schaustest vielleicht das komplette Spiel ohne irgendwie einen Fehler, dies, das, jenes. Und dann passiert, glaube ich, vielleicht nur wegen so einem kleinen Gegner so ein Fehler. Boah, das wäre... Boah. Ich glaube, der könnte sich das selber nicht verzeihen. Würde ich sogar behaupten. Der wäre dann urentäuscht für sich. Wer wäre ich dann aber auch von mir selber. Wäre ich dann voll von mir auch. Jericho City steht heute für den American Way of Life. In diesem Schmelztiegel kommen die unterschiedlichsten Kulturen zusammen, um sich die Hand zu reichen und gemeinsam an einer besseren Zukunft für uns alle zu arbeiten. Mit einer Beschäftigungsquote von über 15% darf sich Jericho in Sachen Erwerbstätigkeit getrost zur Weltspitze zählen. Jericho City eine Heimat für alle. Das ist jetzt ja schon gut, oder? Nice. Und wieder aufgeladen. Haha. Oh fuck. Ah, da ist ja das Fisch, gell? Super. Ich hab keine Sekunde an dir gezweifelt. Irgendwie schon ein bisschen, oder? Sicher, fix sogar. Und so eine, der hat sowas von gezweifelt schon. Der hat fix gezweifelt. Darf man aber auch haben, oder? Ja, da darf man aber auch haben. Ein zweiflerer. Ich würde mal sagen, schauen wir mal in dem Fall wieder zurück. Schauen wir mal, dass wir unsere ganzen Errungenschaften mal wieder zurückgeben. Muss das jetzt sein. Na. Sorry, aber muss das jetzt wirklich echt nicht sein. Und dann genau gegen so einen Gegner. Bei so einem Garn liebend gern, aber bei dem jetzt auch. Bin ich froh, wenn ich umso weniger erledigen muss. Von einer. Passt. Weiter geht's. Na gut, dann würde ich mal sagen, auf zum dritten Turm. Da müssen wir dann eigentlich dann eh wieder runter in die Richtung. Ich würde mal sowieso gesagt haben, dass wir da weiterhin an den Weg halt da gehen. Da dies, da jenes. Da herumspazieren. Mehr sich vielleicht bei der rechten Seite aufhalten. Aber da fallen wir dann wieder runter. Ja, dann gehen wir halt links. Ich bin schon wieder weg. Sorry. Außer, der kommt jetzt runter. Das wird auch mal wurscht. Alter, wie oft wir da Gegner begegnen. Bisschen dumm. Da ist schon. Da. Passt. Leute, ich sag's euch klar. Leute, das war so ein... Puh. Die verstecken sich da wirklich sehr gern. Passt. Was ist eh schon, wo man so... Also, wo das wieder ist. Wollen wir mal schauen. Einfach nur schauen, dass wir so Richtung Tum kommen. Obwohl er sich sehr gerne viele verstecken, oder? Passt. Und aufpassen. Definitiv aufpassen. Ich muss einfach nur schauen, dass wir ungefähr in die Richtung kommen. Das werden uns wahrscheinlich sehr viele Mauer machen wollen. Wie ist es halt so? Das ist jetzt aber gelaufen. Das ist jetzt aber wirklich gelaufen. Immer dieser Schuss, der ist auch... Der ist auch ranzig, der Schuss. Passt. So, machen wir gleich den Witzler auch. Okay, mit fertig. Bis jetzt immer abusweichen. Ist ja nicht normal. Alter. Nur wegen... Nur wegen seiner Scheißattacke, Alter. Nur wegen seiner Scheißattacke, Alter. Kann ich noch einmal mehr aufgreifen. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir müssen... Ja, geht da. Dann müssen wir da noch in die Richtung. Ich glaube, das sind wir auf... Auf gutem Weg. Da haben wir hier schon ein paar Sachen... Haben wir hier schon... Da gemacht. Vielleicht schauen wir mal, dass wir da vielleicht da in die... Mehr in die Richtung dann vielleicht hinkommen können. Oder auch nicht. Haha. Gehen wir wieder weg. Aber so schnell wie es geht. Gut zu wissen. Gut, dass das wieder in Erinnerung ist. Das war der definitiv... Mehr in Erinnerung ist. Das war der definitiv... Mehr in Erinnerung ist. Fuck. Shit. Mhm. Das ist super jetzt mit so viel Leben. Sorg's euch. Jetzt müssen wir wenigstens auch gleich mal eine Abkürzung. Ja. Ah, scheiße. Scheiße. Ja. Jetzt müssen wir wenigstens die Abkürzung... Seien wir wenigstens schneller... Mit ein bisschen mehr Leben... Teesters etc. Trotzdem... Bitter. Natürlich, die wollen sie jetzt aber wahrscheinlich auch ein bisschen... schwieriger machen für mich, weil... Ich habe auch schon den dritten Impuls-Ding, der ja auch schon geöffnet habe. Aber... So vielen... Seien wir da nicht bis... Seien wir da nicht bis... Seien wir da nicht bis... Seien wir da nicht. Höh... Keine, die... Ja... Jetzt ist ein Maier. Jetzt ist ein Krieg. Das hat sich komisch auch gehört. Ja... Das hat sich sowas von komisch auch gehört. Da muss ich einfach weghüpfen. der kleine oder der kleine wichser oder was perfekt oder stattdich so wenn es eh nur der ist dann ist eh wurscht wenn es nur der ist eh wurscht den können wir ruhig auslassen den kann man gott sei dank ruhig auslassen schauen wir mal wie es zum glück sehen oder aber das ist schon mal wieder ein schöner vorrad das muss man natürlich auch zu geben das würde ein netter vorrad erleben wenn man wahrscheinlich genug brauchen sogar um einiges mehr so mal in die richtung sollen wir dann gehen so wie er gehört nicht dass sich da irgendein an sich das problem irgendwas habe ich gehört aber wer gewusst irgendwas habe ich gehört ich sag's euch so ist es voll geil gegen die zu kämpfen da hat man dann noch wenigstens schaust das war jetzt ein bisschen unfair ab okay hat er erzählt passt alle zeugnis wurde er und dankeschön wenn ihr wenigstens der schwachstelle finden wird dann ist natürlich einfacher ach shit unneidig immerhin troffen was ist denn da los es war knapp ich muss aufpassen scheiße die wandern und wir weghucken aber mit dem samuraischwert du bist wirklich flott das muss man ihm zugeben der ist wirklich ein flinker hund gewesen da war es wenigstens dann rennt es lieber gleich zu er mich als gegner aber fürs erste mal ja fürs erste mal ging es fürs erste mal ging es wirklich hätte schlimm ausgehen können fürs erste mal definitiv aber da habe ich mir am liebsten gleich vier ohne dass ich da jetzt natürlich weine gehe ich glaube shit dass ich die Viecher dann einmal ausweichen kann einfach gescheit vielleicht dass man sie da auch ein bisschen spielen kann mit diesem modus wenn er sich das schon so unsichtbar macht nicht einmal ausweichen kann er dabei ja ja das wäre richtig dumm ja das war aufhundert dumm aber nein nein ich würde nichts verschreien ich weiß nicht ob man den der wird eine kleine harte Nuss werden das weiß ich jetzt schon der wird eine kleine harte Nuss werden leider ich sag schon mal haut rein bis zur nächsten Folge und ciao